Hey, wie geht's dir? Ja gut, und dir? Ja, mir auch. Und so weiter. Das sind unglaublich schlechte Redeeinstiege und wenn du dir den Smalltalk am Anfang des Gesprächs vermasselst, dann machst du es dir unnötig schwer für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Deswegen gebe ich dir in diesem Video die Ofen-Methode mit, die du so nutzen kannst, um genau zu wissen, wie du Smalltalk am Anfang des Gesprächs führen kannst, um dann auch ins tiefergehende Gespräch später reinzukommen. Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und fangen wir gleich an mit dem O des Akronyms Ofen. Das steht nämlich für Offenheit. Angenommen, jemand fragt dich, und wie geht's dir so? Dann sag nicht, ja gut, und dir? Sondern, dann zeig eine größere Offenheit. Boah, du, mir geht's gerade richtig, richtig gut, weil ich gestern das und das gemacht habe oder weil ich heute Vormittag noch das und das gemacht habe und so weiter. Oder, boah, du, mir geht's gerade echt nicht so gut, weil die Sache ansteht, die Sache ansteht und so weiter. Egal, was es ist, wenn es eine größere Offenheit ist, dann zeigt es der anderen Person damit, dass du offen bist, was ihr auch wieder hilft, sich selbst zu öffnen. Und damit setzt du quasi so den Rahmen, dass es jetzt erstmal ein lockerer Gesprächseinstieg wird und du gibst damit auch der anderen Person mehr Möglichkeiten anzuknüpfen an das, was du gesagt hast. Wenn dich generell solche psychologischen und kommunikativen Dinge interessieren, dann abonniere gerne jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um weitere Videos hier zu bekommen, hier auf der größten deutschen Online-Plattform zum Thema Kommunikation und Charisma. Jetzt ist es vielleicht so, dass du angefangen hast und sowas gesagt hast wie, boah, mir geht's gerade nicht so gut. Warum ist das doch eine sehr gute Sache? Zum einen, weil du damit die Offenheit zeigst, auch in diese negativen Sachen reinzugehen. Das ist authentisch, weil du einfach ehrlich und echt über deine Gefühle sprichst und nicht so, ja gut und dir und selbst und bla 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 machst. Du willst also wirklich eine tiefer gehende Verbindung zur anderen Person. Allerdings denkst du dir jetzt vielleicht, na gut, aber gleich anzufangen mit, ja mir geht's jetzt nicht so gut. Gibt es nicht gleich so eine schlechte Anfangsstimmung? Nein, denn damit sind wir schon bei Punkt Nummer 2 und zwar Freude. Dann nenne das, warum du dich auf dieses Gespräch freust. In den meisten Fällen ist es so, dass wir uns zwar irgendwie schon vielleicht auf dieses Gespräch freuen, aber es gar nicht so bewusst haben. Aber ich liebe es, das extra im Gespräch anzusprechen. Nicht, weil es das Gespräch nur verbessert und die Bindung verbessert, sondern tatsächlich auch, um mir selbst nochmal klarzumachen, hey, voll cool. Also beispielsweise, ne, wie man fragt, wie geht's dir, sage ich, boah, mir geht's tatsächlich gerade sehr unterschiedlich. Teilweise geht's mir ganz gut, weil ich tolle Projekte hab. Auf der anderen Seite ist es auch gerade echt viel und es belastet mich irgendwie gerade ein bisschen. Umso mehr freue ich mich aber genau deswegen jetzt auf unser Gespräch, weil wir uns ja über dieses und jenes Thema unterhalten, bla bla bla. Oder deswegen freue ich mich jetzt auf dieses Gespräch, weil wir uns ja so lange schon nicht mehr unterhalten haben. Was es auch sein mag, nachdem du diese Offenheit hattest, na, und natürlich auch damit die andere Person gefragt hat, um die geht's dir, und da erstmal offen redest, kommst du zur zweiten Phase der Freude. Also redest dann darüber, warum du dich auf das Gespräch freust. Und meist ist es tatsächlich so, dass das dann natürlich auch was mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, worum es gehen soll. Also angenommen, man trifft sich unter Freunden, ich freue mich besonders darauf, dass wir uns einfach mal wieder austauschen, was in unserem Leben so Neues passiert. Oder bei einem Business Meeting und ich freue mich jetzt richtig, dieses und jenes Projekt zu besprechen. Also zweitens ist Freude. Teile diese Freude und bring damit eine gute Stimmung in den Anfang des eigentlichen Gespräches, das quasi ab dann beginnt. Dann kommen wir zum dritten und zwar OFE. Das steht für Expertise. Gerade wenn du jetzt in einen Bereich reingehst, wo es eher ins Professionelle geht, dann kannst du auch deine Expertise teilen. Tatsächlich sogar, wenn man nur über das Wetter spricht, kann natürlich ein Geologe oder ein Meteorologe, je nachdem, da vielleicht ein bisschen was zu sagen, weil da irgendwelche, keine Ahnung, Gesteinsschichten besonders interessant gerade sind oder das Wetter gerade folgende Auswirkungen hat. Ja, ich im psychologischen Bereich kann zum Beispiel sagen, boah ja, ich finde es so genial, dass jetzt wieder die Sonne rauskommt. Das irgendwie, keine Ahnung, lässt mich irgendwie viel besser fühlen. Tatsächlich geht es auch viel in manchen Studien darum, dass tatsächlich im Bereich der Psychologie schon untersucht wurde, dass diese Winterdepression nicht nur irgendwie so dahingesagt ist, sondern tatsächlich, dass in den kälteren Monaten mehr Leute in depressive Verstimmungen zum Beispiel auch reinkommen beziehungsweise sich einfach schlechter fühlen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich freue mich einfach voll, dass die Sonne jetzt wieder aufgeht. An sich super banales Thema. Warum sollte man irgendwie über das Wetter reden? Allerdings, wenn du dann deine Expertise mit reinbringst, wie das psychologisch irgendwie mit irgendwas zusammenhängt, oder sagst du, gut, aber ich bin jetzt vielleicht kein Psychologe oder henn mich jetzt auch nicht groß irgendwie in dem Bereich zum Thema Wetter aus, völlig egal. Dann erzähl halt über was anderes, wo du zum Beispiel irgendwie sagst, ja, und ich habe da gestern dieses Projekt gehabt und da ging es dann da und darum. Und super spannend, da gibt es folgenden Zusammenhang und sowas. Aber jetzt wichtig, erzähl nicht von dir, oh, ich bin der große Experte, sondern lass irgendetwas einfließen, sowas wie zum Beispiel die Winterdepression. Das könnte grundsätzlich erstmal jeden interessieren. Und es zeigt auch deine Expertise auf einem gewissen Bereich. Das musst du jetzt nicht bei Freunden machen oder so, das kannst du aber durchaus machen, wenn du in einem Bereich bist, wo es ein professionelleres Gespräch ist, dann auch eine kleine Sache aus deiner Expertise mit einfließen zu lassen. Und das Tolle ist, da musst du dich eigentlich gar nicht wirklich groß drauf vorbereiten, weil wenn du schon ein Experte bist, dann wirst du das auch ganz einfach einfließen lassen können. Damit sind wir bei OVN. Das N bedeutet Nutzen. Denn wenn du diese Expertise geteilt hast, ist es jetzt auch wichtig, einen Nutzen zu stiften. Nicht nur so eine kleine Sache, Winterdepression, das muss ja noch gar nichts mit dem eigentlichen Gespräch zu tun haben. Dann aber später im Gespräch, und das ist dann schon quasi aus dem Smalltalk oft raus, nicht immer, aber einen Nutzen zu schaffen. Also angenommen, du bist sogar noch in der normalen Smalltalk-Phase und ihr redet über irgendwelche Dinge und hörst der anderen Person und sagst, boah, das ist super interessant. Da habe ich tatsächlich letztens mal eine Studie drüber gelesen, Punkt, Punkt, Punkt. Oder, boah, das ist super interessant. Ich habe da einen guten Kollegen, der beschäftigt sich genau mit dem Thema, wenn du magst, kann ich euch beide mal vernetzen. Also schaffe einen Nutzen, etwas, was der anderen Person etwas bringt. Jetzt nicht als Lehrer, jetzt nicht als Coach, jetzt nicht als Vernetzer oder was auch immer, sondern einfach, weil du in einem authentischen Gespräch natürlich auch gerne was geben möchtest. Mehrwert schaffen, Nutzen schaffen möchtest. Und damit schaffst du etwas, den Ofen quasi anzuheizen und damit die emotionale Temperatur des Gesprächs zu erhöhen. Wenn du jetzt wissen willst, was das eigentlich mit deiner ganz generellen Gesprächsführung und speziell auch für einen guten Flirt damit zu tun hat, schau dir gerne dieses Video hier an oder abonniere hier den Kanal, um weitere Videos zum Thema Kommunikation zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg beim Anwenden der Ofen-Methoden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.